Hallo und herzlich willkommen zurück, mal wieder zu Milden dem Magier, also mit mir. So, weiter geht's. Letzte Folge war ja nicht ganz so lang. Ich habe aber etwas zwischendrin noch getan. Hm, so. Es lädt, es lädt, es lädt langsam. Zu langsam eigentlich für meinen Geschmack mal wieder. Na, da sind wir ja. Das ist natürlich wie immer Nacht, wenn ich komme. So, ich habe die Bäume hier entfernt. Und ein bisschen Erde noch. Und jetzt wollen wir ja auch mal hier ein Haus bauen. Ja, die Frage ist nur wie. Die Frage ist wie. Großhölzer behalten wir erstmal. Auch das Silberholz behalten wir erstmal. Sehr gerne. Auf jeden Fall. Das Zeug. Das nehmen wir mit. So, ich habe noch so eine komische Wüste gefunden. Ich bin nämlich ein bisschen rumgelaufen. Hier, in der Wüste. Hier so unten rum. Und irgendwo hier. Nee, das war es nicht. Und wo war da so ein Ding? Ich bin runter. Ich bin weg. Auf Netz gefunden. Und... Wow. Nein. Hört auf. Was machst du denn mit mir, Zombie? Musst du mich denn auffressen? Mitten am Tag. Ja, dieses Zeug. Magical Kalk. Magical. Magical Kalk. Man kann so ein Magical Stuff. Runic Dungeons. Machen. Oder so Dungeon Bricks. Trap Nuvplication Wind. Okay. Was ist das denn? Magical Stuff. Keine Ahnung, wozu man den braucht. Drop Chance. Habitat Sucher. Ist ja cool. Was es nicht erst gibt. Okay. Also ich hätte gerne... richtig schön... ein Häuschen am Wasser... das heißt... ein bisschen frei lassen... und dann machen wir einen Holzsteg hin. Würde ich sagen... mach ich hier so einen Stein. Aber ich will auch keinen Stein hier haben. Und das... was soll ich sagen... so breit... mal gucken... Doppeltür... mal gucken... Doppeltür... noch einmal nach rechts... noch einmal nach rechts... machen wir das so breit... und lang machen wir das... sagen... bis hier ist zu viel... so für die erste Etage... also... Also... bastante... Nihil... ... ... was ... ... ... ... ... So, das ist die erste Etage auf jeden Fall. So, ein zu viel. So, das ist die erste Etage. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, wir haben einen normalen Bruchstein. 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 Oh, was haben wir hier? Ach hier. ja natürlich mehr jetzt war jetzt nichts vornehmen trotzdem mit ja dann kommen wir gleich hoch ja wer hier klär da ich krieg die Katze hier so sollte erstmal einen Bruchstein erreichen so mal in 10 Stück 18 Stück 10 Stück 10 Stück 11 22 24 28 30 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will den hier von Stock. Ich brauche noch mehr davon. Ich will den hier von Stock.